So, weiter geht's mit dem nächsten Rennen. Zwei Rennen heute nur. Oh, es gibt schnell vier Runden Rennen. Oh, da ist schon irgendwo. The Grid World Series beginnt. Kristen, was sagst du zur Strecke? Es gibt hier vier schöne Landschaften zu bewundern, aber auf der Strecke tritt das natürlich in den Hintergrund. Da gibt es nur dich, dein Auto und die Straße. Let's go. 14, ja mal. Viel Glück. Ich halte dich auf dem Lauf. Da muss ich irgendwo gerade eine Lücke suchen. So, fast vorne. Oh nein, ich will wieder die Tunnel. Okay, das ist ja nicht so, was ich gedacht habe jetzt. So, jetzt kurz schnell. Tolle erste Runde. Du bist ein Führer. Okay. Ich halte dich just. Ach, das ist doch blewig. Wer tut mir. Wow. Oh, du bist ein Führer. Oh, du bist eine Führer. Oh, du bist ein Führer. Das war die Ender des Reims. Volle zur Runde. Ich habe die Kollegen nur auf P6 gerade. Ok, Mikrofon, man hört mich. Bleib in Führung. Letzte Runde. Bleib in Führung. So, dann haben wir das erste Rennen auf der zweiten Serie. Und das gibt immer eine Neubeszeit. Vierter sogar noch geworden, sehr gut. Und das ist das erste Rennen. So, dann geht es jetzt weiter. Oh, dritter, cool. Hier sind es auch vier Runden. Na gut, ich drücke jetzt nicht lang. Und dann machen wir das auch schon durch. Oh, dann noch im Regen. Chris, was denkst du gerade? Das wird... Ok, dann kommen wir gleich zurück. Jetzt geht es los. Es läuft zur Zeit gut für dich. Mach weiter so. So, wir gehen mal in Führung. Die wollen wir natürlich jetzt auch halten. Die wollen wir natürlich jetzt auch halten. Das war wir. Guter Start, bleib an der Spitze. Ja. Oh, 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 oh. Okay, du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alter, eine Minute. Ich bin wieder auf P3. Ist dran am zweiten. Das ist aber leider nicht ganz schade. So, ist der Junge noch geschafft, auf 2 zu fahren? Nein, nicht ganz. Schade. So, dann sind wir da auch durch. Hm, doppelt sich sogar fürs Team. Sehr gut. Dann haben wir das auch. Und damit geht es morgen weiter. Und damit geht es weiter. Untertitelung des ZDF, 2020